Das hat nichts mit der Wachtruhe zu tun, denn in unserer Stadt geht jeder in der Gießen. Hey, ihr da! Sagt mal, gibt es hier Brandwein der schwarzen Zitadelle? Klar, aber ganz im Vertrauen. Der Wirt verwässert das Zeug. Hier? Wundert mich, dass der überhaupt noch lebt und aktiv ist. Apropos aktiv. Wüstengrab schickt mich. Ich habe zwei Spione der Flammenlegion in der Taverne identifiziert. Sie haben das Passwort, das wir brauchen, aber wir können sie drinnen nicht angreifen, ohne eine Saalschlacht auszulösen. Dann würden die Spione im Getümmel entwischen und wir würden sie nie wiederfinden. Irgendwelche Vorschläge? Hm. Ich könnte sie dazu bringen, die Taverne zu verlassen und das ohne größeres Aufsehen. Echt? Na dann mal los. Das möchte ich zu gerne sehen. Ich bin direkt hinter euch. Zeigt mir, was ihr könnt. Wer hat's? Mehr Bier! Und vielleicht einen Schluck Whisky dazu. Und, äh, zack mich! Willkommen bei der gezackten Klinge. Wenn ihr hier Ärger macht, schneide ich euch den Schwanz ab. Bis dahin könnt ihr euch hinsetzen, wo ihr wollt. Was wollt ihr? Hört, hört! Auf Kaller Flammen Klinge! Unsere Waffenschwester! Nieder mit der Flammenlegion! Hört mehr zu politisch, hier dran gehen wir. Bin direkt hinter euch. Von dem Mist kriegt man ja Schädelbrennen. Nicht übel. Ich dachte schon, wir müssten den Laden abfackeln, um sie rauszutreiben. Sie aufzuscheuchen war leicht. Die Information aus ihnen rauszuholen allerdings... Verfolgen wir sie. Am besten beschaffen wir uns alles, was wir brauchen, ohne direkt einzugreifen. Dann können sie auch niemanden warnen. Und wenn sie uns erwischen, wie wir ihnen folgen? Mal sehen, ob ihr ebenso gut kämpft, wie ihr spioniert. Aha. Da laufen sie. Sieht aus, als gingen sie zu einer Verabredung. Ihnen nach. Mal sehen, mit wem sie zusammenarbeiten. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Hier, das könnte euch helfen. Hey, was ist denn los? Ich dachte, wir beiden wollten zur gezackten Klinge. Zu viele besoffene Randalierer dort haben nichts geregelt gekriegt. Auf dem Weg zum Lager müssen wir erst zum Versteck. Haltet die Augen auf, ja? Interessant. Die halten sich ganz nah am Rand. Ich dachte, die würden weiter reingehen. Verbrannt und zugeschweißt. Ich glaube, ich weiß, wohin die gehen. Vielleicht sind darum in letzter Zeit so viele Arbeiter verschwunden. Ich hatte Recht mit den Arbeitern. Die Flammenlegion hat sie umgebracht und uns dafür Lockvögel untergeschoben. Ihr hattet Befehle von Tivolus und Konflider, ohne was getötet zu haben? Es gab Komplikationen. Außerdem müssen wir zuerst hier was erledigen. Schön. Geht rein und erledigt es. Und betet, dass euch niemand gefolgt ist. Diese Trottel haben die Informationen, die wir brauchen. Schalten wir die Wachen aus. Schalten wir die Wachen aus. 2 2 1 1 2 2 2 3 schauen was wir rausfinden können hier trennen wir uns meldet euch wieder im lager frischling moment mal die haben das passwort schon wieder geändert und ich hab's schon vergessen ich kann euch nicht dauernd bemuttern sie ändern ist zufällig manchmal zweimal an einem tag wer kann sich das denn merken jeder außer euch das ist das letzte mal die parole lautet jetzt brandseele das sind die informationen die wir brauchen was meint ihr gehen wir oder schalten wir sie aus ich bin fürs ausschalten legionär geschwind und leise mir gefällt wie ihr denkt diese zürich verspämmt uns den weg das Was ist das? Das war's. 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 Das war's.